Hallo Salzburg! Hier ist der Grund von der Wengel zusammen, ich brauche Ihnen zu schreien. So, Punkt 1. Wir müssen leider darauf hinweisen, dass bei der Veranstaltung eine FFP2-Maske herrscht. Müssen wir leider durchsagen. Wer eine Massenbefreiung hat, der kann sich da drüben bei der Polizei eine Bestätigung holen. Dann habt ihr bei der Kontrollen keine Probleme, falls welche sein sollten. Dann darf ich die Kerstin entschuldigen. Die Kerstin ist leider krank, sie hat aber nicht Corona. Und der Frank ist auch nicht da, wie ich so festgestellt habe, der ist heute mit seinen Kindern unterwegs. Der nimmt sich heute die Auszeit mit seinen Kindern. Sei ihm gegönnt. Ich habe ein bisschen einen Text zusammengeschrieben, weil ich mir dachte, ob irgendwas müssen wir sagen nach dem Donnerstag. Und ich werde euch den kurz vorlesen. Ich habe lange überlegt, was ich euch sagen werde oder könnte. Seit Donnerstag, den 20.01.2022, hat unser wunderschönes und geliebtes Österreich ein neues Kapitel dunkler Geschichte mehr. Wir wurden alle Zeugen von einem rahmenschwarzen Tag. Wäre dieses Impfpflichtgesetz, diese 2G-Regeln und das Ausstattung von Ungeimpften nicht so absurd, völlig überzogen und hirnlos, dann könnte man sich freuen, in unserem Land zu leben. Ich muss euch ehrlich gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt, Österreich zu verlassen und unserer Heimat den Rücken zuzukehren. Aber ich habe diesen Gedanken sofort wieder abgelegt und mich für den Kampf gegen diese korrupte Regierung, gegen dieses korrupte System entschieden und werde mich diesem auch stellen. Die Bundesregierung schüttet eine Impfprämie mit über einer Million Euro aus, für Menschen, die sich dadurch manipulieren lassen und sich den Stich holen werden. Auch die Gemeinden wurden natürlich bedacht und bekommen eine Impfprämie. Der Politiker, geht's noch! Genau! Dieses Geld wäre viel besser und wichtiger, wenn es für das Pflegepersonal, Bildungseinrichtungen und Kinderbetreuung investiert werden würde. In vielen Teilen Europas werden in den nächsten Tagen und Wochen die Maßnahmen zurückgefahren oder sogar beendet. Nur bei uns nicht. Warum? Sagt uns warum! Liebe Abgeordneten der Bundesregierung, liebe Landesregierungen, Ihr habt einen Krieg angefangen, den ihr nie gewinnen könnt und auch nicht gewinnen werdet. Ihr bekommt alle irgendwann eure gerechte Strafe für euer unüberlegtes Handeln. Da bin ich mir sicher. Ich habe es satt, mir von euch, die ihr von uns bezahlt werdet, sagen lassen zu müssen, was wir dürfen und was nicht. Salzburg! Ich bin so stolz mit euch und an eurer Seite diesen Kampf auszutragen. Bleibt standhaft und lasst euch nicht einschüchtern von irgendwelchen korrupten, nicht gewählten und völlig vertrottelten Politikern und ihren hirnverbrannten Gesetzen. Bleibt euch selbst treu, bleibt einer Linie treu. Danke! Danke, dass ihr alle heute wieder hier seid. Und nicht, wie gewisse Politiker in diesem Lande behaupten, es werden dann nur mehr circa 500 Rechtsradikale durch Österreichs Straßen spazieren. Und ich habe mich gestern mit der österreichischen Bundesverfassung beschäftigt. Ich habe gegogelt, ich habe mir die Mühe gemacht und da gibt es ein paar Sachen, die ich euch sehr gerne vortragen möchte. Erster Satz der österreichischen Bundesverfassung, Artikel 1. Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus. Wir sind der Souverän! Und dann heißt es weiter, die Würde eines Menschen ist unantastbar. Das heißt, die Würde darf auf keinen Fall verletzt werden. Alle Menschen sind gleich wertvoll. Das ist der Originaltext der österreichischen Bundesverfassung. Aber wie wir wissen, gibt es leider Menschen in diesem Lande, die anscheinend mehr wertvoll sind. Die einkaufen gehen dürfen. Die ins Restaurant gehen dürfen. Und du als Ungeimpfter darfst es nicht machen. Und das ist ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz. Ich komme zum Schluss. Auch da steht in der österreichischen Bundesverfassung das Recht auf persönliche Freiheit. Da heißt es wortwörtlich, was verstoßt gegen die Würde des Menschen. Wenn der Schutz der Menschenwürde dem Staat verbietet, Bürgerinnen und Bürger zu Objekten seines Handelns zu machen, ist damit vorrangig das Verbot menschenunwürdiger Behandlung gemeint. Der Staat darf Menschen nicht erniedrigend behandeln, Brandmarken und Ächten. Und wenn ich mir das anschaue, was jetzt aber so passiert mit diesem Impfgesetz, dann ist genau das Gegenteil der Fall, das, was wir jetzt alle erleben. Und diese Regierwelt tritt ihre eigenen Gesetze mit Füßen. Wir werden jetzt behandelt wie Bürger zweiter Klasse. Das muss ein Ende haben. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Warum gehen wir alle auf die Straße jetzt? Friedlich, aber laut. Danke, sei Dank. So dann, somit die Ansprache zur Eröffnung dieser demonstrativen Protestmarsches, Spazierganges, Demonstrationen, wie auch immer. Beginnt jetzt, die Leute sind nicht festzuhalten. Ihr seht, wir marschieren so los. Wir marschieren jetzt mit ihm, mit euch, vor den Monitoren. Und dann schauen wir, was uns heute alles erwartet. Hi. 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 Hi, Sven. Soll das mal wieder. Na da, du?